Der russische Präsident Wladimir Putin wird heute seine Rede zur Lage der Nation halten. Zwei Jahre nach Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine soll er sich auch zum Stand des Konflikts äußern. Russische Truppen konnten bei ihrer Invasion kürzlich taktische Fortschritte verzeichnen. Zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl möchte der 71-jährige Staatschef seine Rede nutzen, um die Bundesversammlung, also die Staatsduma und den Föderationsrat über seine wirtschaftlichen, sozialen und außenpolitischen Ziele zu informieren. Auf das nächste Jahr. Es gilt als sicher, dass Putin bei den für den 15. und 17. März geplanten Präsidentschaftswahlen zum fünften Mal im Amt bestätigt wird. Widerspruch ist nicht zulässig. Sein bisher schärfster Gegner, Alexej Nawalny, wird an diesem Freitag beerdigt. Der Kreml-Kritiker starb vor wenigen Tagen in einem Gefangenenlager am Polarkreis. Die Todesursache ist offiziell unbekannt. In seiner im Staatsfernsehen ausgestrahlten Rede spricht der Präsident traditionell vor allem über die aktuelle Lage in Russland, die Wirtschaft und die Sozialpolitik. Es wird Putins 19. Rede zur Lage der Nation sein. Diese innovativen Leistungen legten die wichtigsten politischen Richtungen für die russische Gesellschaft fest. Putin hielt zuletzt im Februar 2023 die Rede zur Lage der Nation und kündigte die Aussetzung des Atomabrüstungsvertrags New Start an. Er übersprang die Rede im ersten Kriegsjahr. Zelensky garantiert die Unterstützung des Balkans. Bei einem Gipfeltreffen südosteuropäischer Staaten in der albanischen Hauptstadt Tirana versicherte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy den Teilnehmern die öffentliche Unterstützung seiner Friedensinitiative. Russlands unprovozierte militärische Aggression gegen die Ukraine bleibt die größte Bedrohung für die europäische Sicherheit und den internationalen Frieden, heißt es in der Erklärung. Dies wurde auch vom serbischen Präsidenten Alexander Vucic unterstützt, dem Kritiker vorwerfen, sich aus politischen Gründen nicht gegen die Interessen Russlands zu stellen. Die Unterzeichner verpflichteten sich außerdem zur Teilnahme an einem von der ukrainischen Führung im Frühjahr geplanten Friedensgipfel in der Schweiz. Die Umsetzung einer von Zelenskyy vorgeschlagenen Friedensformel wird bereits 2022 diskutiert. Grundlage dafür sind ein vollständiger Abzug der russischen Truppen aus ukrainischem Territorium, Wiedergutmachungen und Prozesse gegen Kriegsverbrecher. Zu den Unterzeichnern gehörten neben Vucic auch die Präsidenten Moldawiens, Nordmazedoniens und des Kosovo sowie die Regierungschefs Albaniens, Bosnien-Herzegowinas, Bulgariens, Kroatiens und Rumäniens. Scholz verspricht, keine deutschen Soldaten in der Ukraine. Die Ukraine wehrt seit mehr als zwei Jahren eine russische Invasion mit massiver militärischer und finanzieller Hilfe aus dem Westen ab. Deutschland ist einer der wichtigsten Unterstützer. Allerdings hat Bundeskanzler Olaf Scholz der Bundeswehr und der deutschen Bevölkerung versprochen, dass ihre Ablehnung der Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine eine unerschütterliche rote Linie sei. Um es klar zu sagen, als Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine schicken, sagte er in einer Videobotschaft. Die NATO wird keine kriegführende Partei werden. Am Montag schloss der französische Präsident Emmanuel Macron nach einem Treffen von rund 20 Staats- und Regierungschefs in Paris den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht aus. Zwei Tote bei russischem Luftangriff in der Ostukraine Bei einem russischen Luftangriff in der Ostukraine sind heute Nachmittag zwei Menschen getötet worden. Wie ein Sprecher der ukrainischen Innenbehörden sagte, handelte es sich bei den Opfern um einen 48-jährigen Mann und ein sechsjähriges Mädchen. Die Mutter des Mädchens wurde bei dem Angriff der russischen Luftwaffe auf einen Bahnhof in der Region Kupjansk schwer verletzt. Bei neuen russischen Artillerieangriffen in der Region Bachmut wurde eine Frau getötet und drei weitere Menschen verletzt. Das russische Militär hat in den letzten Wochen seine Angriffe in der Ostukraine verstärkt. Sie werden von ihrer Luftwaffe unterstützt. Unterdessen berichteten ukrainische Militärvertreter von einem erfolgreichen Gegenangriff in der Ostukraine. Die Militärführung in Kiew gab am Abend bekannt, dass eine Angriffsbrigade die Stadt Krasnohorivka zurückerobert habe. Den russischen Truppen wurden schwere Verluste zugefügt. Die Angaben beider Konfliktparteien lassen sich kaum unabhängig überprüfen. Dem täglichen Lagebericht des Generalstabs in Kiew zufolge wurden tagsüber insgesamt 91 russische Luftangriffe und 102 Raketenangriffe registriert. Ein Schwerpunkt russischer Angriffe war die Gegend um die Kleinstadt Avdiivka im Osten des Landes, die ukrainische Truppen kürzlich wegen Munitionsmangels verlassen hatten. Die ukrainischen Streitkräfte hätten bei Gegenangriffen mehrere russische Artilleriesysteme zerstört, sagte er. Diese Informationen konnten auch nicht unabhängig überprüft werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017